Ach ja, die einen lieben es, die anderen hassen es, aber trotzdem kennt es jeder. Die Rede ist natürlich von McDonald's. Was für mich aber noch viel besser als das hochqualitative Essen dort ist, sind ihre Google-Rezensionen. Also, let's go. Der Mitarbeiter war mega unfreundlich. Erst hat er mich nicht verstanden, was ich wollte, obwohl ich gesagt habe, zwei Chickenburger. Dann hat er sich mit seiner Kollegin über mich lustig gemacht. Bei der Kartenzahlung habe ich viermal den PIN eingegeben. Beim ersten Mal ging es, aber der Mitarbeiter war weg. Danach die drei Male gar nicht mehr. Ich gehe nie wieder zu McDonald's. Okay, fassen wir mal zusammen. Dieser arme Dude wollte einfach nur ganz entspannen in Happen zu essen. War wahrscheinlich richtig gut drauf. Dann kommt er da einfach rein, will was bestellen, wird vermutlich wegen Sprachbarrieren des Mitarbeiters nicht richtig verstanden und dann wird der Arme auch noch von zwei Mitarbeitern gemobbt. In einem scheiß McDonald's. Genau mein Humor.